Nochmal heute am 22. Februar 2021, Harry Spezial, hier ist Bewegung hier auf dem See, auf unserer Tschalka, da ist ein Schlauchboot, fährt am Ufer entlang, hier stehen mehrere Autos, die sehen wir gleich im Vorbeifahren von der Firma, die für die Bekämpfung der Mückenplage hier beauftragt worden sind. Und da sieht man auch ein bisschen was, ja hoffentlich ist es bald vorbei, gestern war es aber noch so, gestern war noch Moskitos, so ich setze mich mal hier in Bewegung und dann gibt es noch was Besonderes hier, wir haben nämlich hier viele Fotografen mit richtiger Ausrüstung und die erwarten mit Sicherheit nicht die Leute, die schauen woanders hin, die schauen Richtung Dünen da oben hin. So, hier sind die Fahrzeuge. Und noch eins hinter mir auch nochmal, zwei Stück und ich höre auch was. Also, es hat jemand in einem Kommentar geschrieben, was die machen, ist wie ein Mückenstich beim Elefanten. Kann ich nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da einer mit seinem langen Schlauch da im Gebüsch drin und der andere lässt ihn nach. Ja, es stinkt auch ein bisschen, muss ich sagen. So, und hier. Ich mache mich mal auf die Socken. Es riecht nämlich nicht gerade sehr angenehm. So, da passiert nicht viel. Ich sage dann jetzt bis später und ich werde natürlich berichten, was wir hier erfahren über unsere Stechmückenplage.